TROP IT Oh, stirb doch, Mann Da auch, da, stirb Scheiße, wie sie alle sterben und ich kann nix dagegen machen Ja, Marsch Oh, ich hab einen mit der Granate Ja, ich bin das, das Matchless Na, na Mann, die sagt mit der Bug-Munition, warum? Die ist voll übel, diese Munition Der weckt mich auch voll aus Das ist so ein Scheiß-Tal Das ist einfach nur ein Bobby ist das Das ist aber richtig geil, das Teil eigentlich Aber das macht halt, das ist Scheiße Ah, schon wieder der, ey Ja, dann schenkt ihn halt noch mehr Kills Wenn die mich immer wieder belebt Ja, und nochmal, warum auch nicht Ja, schön, gib ihm noch einen dritten Kill Der steht doch nicht auf Oder? Boah 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 Bratz und kein gekillt Was? Das kann nicht sein War das bei mir auch so Hä? Ich muss Medikits legen Bleib, 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 bleib War gut Scheiße Loool, wie viele, wie viele Ist ja geil Da, da, da wäre wir C4 hin Komm schon Loool, einer bratzte alle mit dem MG weg Alle hat er mit dem MG gebratzt Ist ja geil Jetzt kann ich da nicht mehr hinschießen Scheiße Meine Granate Ach Geht doch kaputt Du Kack Teil Boah, wie viele Punkte ich kriege Weil die kleine P90 aussieht, man Ja, ist hier auch Jetzt schaffen wir es Komm, C4 Komm Da ist einer, da ist einer Nein Ich hab doch Ja, boah Der, der dich gekillt hat, habe ich noch gekillt Aber Oder der ist doch Komm, Bartow Oder so Keine Ahnung Hab ich nicht gesehen Jetzt sich viel da hinlegen sollen Jetzt sich viel da hinlegen sollen Ne, komm schon Komm schon Aua Oh, Mann Nein, 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 nein Ja, sicher Ich war Ich war doch Ich bin doch schon 5 Meter gelaufen Hinter der Wand Alter Das Manchmal so schlecht gemacht In diesen Shootern Boah Nein 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 Guck mal Wieso Der Jeder Ich krieg niemanden Wenn ich so da oben stehe Und alle runter schieße Jetzt steh auf, du Pisser hier Aber alle kriegen mich Das ist immer so Komm, zeig dir ein hässliches Köpflein Da So Oder 0, 2 Manche haben voll den jästlichen Namen Alter So Da war doch einer Ganz klar Ganz klar Nein Jetzt killt der mich Alter Wie Das ist So ein Dreck Einfach nur Ich muss bei diesen Kacki spawnen Der sitzt gut Ich will die Kids mit diesen Seitenwaffen machen Du meinst mit den sekundären Ja Ja Seitenwaffen So heißen die da So Headshot Na ich lass ihn mal Ist so ein Scheiße So Headshot Alter Wer spammt denn So mega viele Granaten Ne Ich geh wieder rüber So Headshot Haha Stell dich mal mit einer Magnum Zielfernrohr unten hin Und guck da hoch Ne Ich hasse das Mit Zielfernrohr Alter Okay Oder Schieß an sich einfach nur da oben hin Mit einer Magnum Headshot Die sterben alle immer direkt Sofort Ist richtig geil Nein Nein ich wollte nicht spawnen Wo gehst du denn immer hin Was denn Ja sicher Sicher Stirb nicht Und dann töte mich sogar noch Und das Und das Was Was hab ich denn Ja warum hab ich eigentlich die M9 Jetzt C4 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 Danke Hättest du so einen Server nehmen müssen Ja Aber es gibt doch bestimmt Es geht doch bestimmt Dieser Bug hier noch Oder Äh wenn du Was denn Wenn du das C4 An die Wand packst Dass die da oben Von oben da Ne das Das geht auch von unten Ich wurde auch manchmal von unten getötet Als ich da oben stand Ja wollen wir ausprobieren Warte mal In deine Musste hier mal Aber wo soll man An die grüne Leiste vielleicht Nein nicht da drauf schießen Was schießt der da drauf Oh der ist so dumm Alter dieser Junge Da ist eine Spawnbake Und der ballert da drauf Ja Vielleicht genau an Das ist leer hier oben Boah Mindestens einen wollte ich jetzt haben Mindestens einen Jetzt hab ich aber zwei Boah Hat sich wenigstens gelohnt Hä Ne Bring 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 Selbstmord Ist nicht gut Wenn du nicht weit genug wegrennst Alter Hier war einer Da ist noch einer Wie hier schon wieder alles explodiert Bist du das? Ja Das war mein C4 gerade So Wo ist denn dieser Vielleicht wenn man sich so an die Wand rein stellt Okay Okay Ich geb doch nicht immer Nee da nicht Dann stirbt der wieder vor mir Alter Alter Irgendwie habe ich es nicht gefunden Ja keine Ahnung Oder manche können sich ja auch Auf die Also ganz Da wo man eigentlich nicht hin kann Auf die Map Backen Und dann alles von oben Hinschmeißen Hab ich ja auch schon mal gesehen Das hat so Genervt Vor allen Dingen Weil ich immer getötet worden war Ja Das war auch das Gefühl von mir Dass irgendwie Sterbe doch nur ich gerade Weil irgendwie Alle liefen dann lang Außer ich Ja Nein Alter Alter schon wieder U.S. Wow 22 Tickets noch Alter Jetzt spawnen die bei dir Was soll das denn? Naja Weit bist du von mir auch nicht entfernt jetzt Ja stimmt Ja War so ein Typ hier ja wieder mit leben doch du okay 3 1 ok verloren ach schade das war es 45 30 54 35 geil zwei medaillen habe ich gekriegt ich kriege immer so viele medaillen warum hat wirklich was gebracht mit den sekundärwaffen ich will mir da nur noch 4 kills und noch 30 kills mit präzisionswaffen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss